In diesem praktischen Beispiel werden wir den Balkon einer Wohnung schaffen, die eine Erweiterung der Immobilie ist, die reichlich Sonnenlicht erhält und normalerweise zur Ruhe verwendet wird. Öffnen Sie die verfügbare Datei, um zu beginnen. Sehen Sie, dass wir eine Polylinie haben, die als Grundlage für die Schaffung einer kleinen Wand dienen wird. In der Registerkarte Home-Modellierung lösen wir PolySolid aus. Für die Höhe geben wir 40 ein und bestätigen durch Eingabe von Enter. Für Breite geben wir 10 ein und bestätigen durch Eingabe von Enter. In der Befehlszeile klicken wir auf die Option Objekt und Beenden, indem wir auf die Polylinie klicken. Sehen Sie das Ergebnis mit dem realistischen Vorschau-Stil aktiviert. In der Reihenfolge machen wir Strom die Aluminiumschicht und wir werden eine quadratische Säule auf der Oberseite der Wand modellieren. Wir ziehen Box, wir erstellen eine Box von 4x4x80 cm, und wir positionieren sie auf der Achse der Wand. Wir wiederholen den Befehlbox und erstellen zufällig eine Box mit 2x114.5x60 cm, die die Mengen des zu modellierenden Glasrahmens darstellt. Wir positionieren den Verschiebungskasten 10 cm relativ zur Spitze der quadratischen Säule mit dem Befehl Move und Präzisionswerkzeugen. Als nächstes erstellen wir eine parallele Kopie der Konturkanten einer der Flächen, um die Beträge zu begrenzen. In der Registerkarte Solid, Solid Editing, lösen wir Offset Edge aus und klicken auf eine der Flächen der Box. In der Befehlszeile geben wir D für die Option Entfernung an und bestätigen durch Eingabe von Enter. Dann geben wir 2 ein und drücken Enter. Klicken Sie erneut auf das Gesicht und drücken Sie Enter, um den Befehl zu verlassen. Sehen Sie, wir haben eine Polylinie parallel zur äußeren Kontur der Fläche der Box erstellt, die wir modellieren. In der Registerkarte Startseite, Modellierung, lösen wir Presspull. Wir klicken auf die Fläche der Box und lenken die Subtraktion. Zum Abschluss klicken wir erneut mit der linken Maustaste und beenden die Operation. Sehen Sie, wir haben das Bild, das die abgeschlossenen Summen darstellt. Lassen Sie uns nun das Glas mit der Polylinie modellieren, die wir mit dem Befehl erstellt haben, Offset Edge. Dann feuern wir Extrude, wir geben L für die Option Last und drücken Sie Enter. Für die Extrusionshöhe geben wir 1 ein und bestätigen durch Drücken von Enter. Die Box, die wir gerade erstellt haben, ist nicht in der Position und in der falschen Ebene, also behalten Sie den Überblick über die Korrektur. Okay, wir haben das Glas in der richtigen Position und Schicht. Mit dem Befehl 3 dem Mira spiegeln wir die Säule und später das Set aus Säulen, Pfosten und Glas auf die andere Seite des Balkons. Wir haben einen Teil unseres Balkons fertiggestellt. Lassen Sie uns einen Handlauf an der Spitze der Säulen erstellen. Wir haben den Konzept-Ölen-Visualisierungsstil und die Präzisionswerkzeuge Mittelpunkt und Mitte des Gesichts aktiviert. Wir lösen Polylinien aus und erzeugen eine Polylinien für die weitere Extrusion. Wir gehen auf Poly-Solid. Für die Höhe geben wir 1 ein und bestätigen durch Eingabe von Enter. Für Breite geben wir 5 ein und bestätigen durch Eingabe von Enter. In der Befehlszeile klicken wir auf Objekt und wir beenden, indem wir auf die Polylinie klicken. Schauen Sie sich das Ergebnis an, wir haben den Handlauf modelliert. Wir laden Sie ein, die Mengen und Glas für die Vorderseite unseres Balkons mit den hier vorgestellten Techniken zu modellieren. Wir beendeten dieses Beispiel, wo wir einen Balkon in AutoCAD 2017 modelliert haben. Schöne bei sich eine . Untertitelung des ZDF, 2020